Ach, dann noch mal einen freien Kampf oder so. Und zwar darfst du entscheiden, wie der freie Kampf aussehen hat. Oder die zwei, drei vielleicht. Was hältst du davon? Über Lebensmodus? Wie sieht denn der hier aus? Der ist zu lang, ne? Ja. Dann machen wir doch einfach mal ein... Turnier? Ja. Turniere gehen eigentlich immer relativ schnell. Ich mach einfach ein freies Turnier. Team oder Einzelteam, oder? Team. Dass man auch mal ein bisschen Ultimate Team Youth so zeigen kann und sowas. Äh, ja. Also... Ich mach da mal schwer, weil ich das mittlerweile kann. Jo. Viel Spieler reicht erstmal, um das schnell vorbeizukriegen. Welchen Charakter soll ich nehmen? Ähm... Ich würde sagen... Obito. Oder? Nee, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, äh, vielleicht mal... Kushina ist noch neu, Iruka ist noch neu, ähm, Konohamaru ist noch ein neuer Charakter, der noch nicht gezeigt wurde. Die kann man alle sonst ins Turnier auch mit reinnehmen. Ja, ja. Ich meine aber bloß... Ach so, ja. Erstmal, wenn ich spielen soll. Die könnte man ja mal wählen. Ja, aber wen soll ich spielen? Ähm... 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 Ja, gut, die kennt man ja aus der Demo. Ja, ansonsten... Das ist das auch nicht, oder wie? Wird's auch schon schwierig, weil... Ähm... Man könnte mal gucken, ob es noch irgendwo was gibt, aber das sind alles... Sonst diese Originale-Dinge ins Bumsens. Die halt dann nichts Bestimmtes sind, in Kombination, deswegen... Ist halt blöd. Nee, also... Wenn man jetzt nicht Naruto oder Hinata nimmt, dürfte das... War Iruka denn irgendwas? Nee. Es ist alles nur Originale, und... Ja. Seh ich gerade. Ja, selbst mit dem jungen Naruto ist das nix. Ähm... Ja, von daher... Ähm... Ist eigentlich das Team... Naruto und Hinata. Na, ähm... Dann nimm das Team Naruto und Hinata. Welchen Naruto? Oder du nimmst die, äh... Team 7-Formation. Also mit Naruto, Sakura und Sasuke. Äh... Die Classic-Version. Also nicht Mekka-Naruto? Oder was? Genau. Heißt, ich soll nehmen... Welchen Naruto überhaupt? Den Bijodama. Also den... Den... Eins weiter noch. Genau. Diesen. Dann Sakura und Sasuke. Welchen Sasuke? Auch den letzten. Okay. Und Sakura. Team 7-Wiederbelebt. Jawohl, ja. Genau, weil die haben ja dieses... Dieses... Neue. Und zwar auf Ultimativ, ne? Genau. Mal schauen, ob wir dazu kommen, das einzusetzen. Ich denke schon. Äh, Computer-Team. Was nehmen wir denn da? Da, denke ich mal, Mekka-Naruto, oder? Hm? Ähm. Nehmen wir aber allerdings den, Nahuto. Und Hinata, weil die halt auch ein gutes Team sind. Was machen wir denn da? Wir können ja da mal den Einsatz-Typ mal nehmen, oder? Pfff, okay. Ähm. Hm. Du hast gesagt... Also man könnte auf jeden Fall noch mit Kushina irgendein Team bilden. Und mit Obito, würde ich vorschlagen. Könnte man versuchen, ja. Ähm, dann würde ich sie aber als Hauptcharakter nehmen, weil sie halt komplett neu ist. Mhm. Ähm. Ja, soll ich einfach dann die vorgeschlagenen Teams aussuchen? Ja. Aber eigentlich... Muss man ja dann immer den Naruto nehmen. Naja, also jetzt wird es ein bisschen variantenreich mit Naruto, okay. Erwachen mal, oder? Ja. Muss ich mal erwachen. Okay. Zum Schluss. Bleibt noch ein Team übrig. Und das wird... Obito sein. Äh, ja. Frage. Nehmen wir auch vorgeschlagen. Und wenn man jetzt zweimal quasi den, ähm, als Hilfskarakter denselben auswählt, dann wird es noch interessanter. Das kann ich euch garantieren. Dann machen wir auch ultimativ. Okay. Ähm. Hm. Problem ist, wir werden ja den Kampf gar nicht sehen. Fällt mir grad ein. Nehme ich einfach das als... Was ist, wenn die beiden ins Finale kommen? Dann wird, glaub ich, einer automatisch auf Computer gesetzt. Oder hast du jetzt den zweiten Controller aktiviert? Ja, das ist das Problem. Okay. Äh, dann... Fällt mir grad ein. Das ist ja... Das ist ja gar nicht so gut. Kann man das nicht einstellen, dass die Kämpfe angezeigt werden? Ich glaube nicht, oder? Ich glaub nicht. Ha. Ich könnte ja sonst auch einfach den Einkampf machen mit Kushina und absichtlich verlieren. Oder so, ja. Das wär auch ne Möglichkeit, ne? Das wär wahrscheinlich sogar die bessere Möglichkeit. Ja. Das heißt, da werd ich mal ein bisschen rumkämpfen und werd dann wahrscheinlich verlieren. Ich brauch gar keinen zweiten Controller. Ach, ist egal. Ähm. So machen wir das auf jeden Fall mal, ne? Hm? Damit man mal ein bisschen was sieht von den ganzen Charakteren. Äh, zufällige Auswahl, da hast du eine Lieblingsarena. Zufällige Auswahl, Empe. Großes Schneefeld und Dingens. Oh, mit Abgrund. Ist das lustig? Äh, hast du schon mal Abgrundkämpfe gemacht? Nein. Ähm, du kannst sozusagen aus der Arena rausgekickt werden. Das kann man bei allen. Oder vielen. Und, äh, wenn du aber bei diesen Abgrund-Arenen rausfliegst, dann, ähm, Game of... Also bist du halt automatisch, hast du automatisch verloren. Scheiße! Ähm. Wow. Heck dich mal ab, Junge. Äh, äh. Keiner Scheiß. Hast du ihn getroffen? Nö. Nein. Nerviger Typ. Wow. Wieso? Wen hat er getroffen? Mich doch nicht. Na gut, dann halt nicht. Der läuft auch immer so. Ah. Mech an Naruto. Das ist doch... Da hat mindestens Arthrose in den Beinen. Ja, wo das Spiel rauskam, den, ähm, Tag zuvor, in Japan, hieß ja eine Doppelfolge Naruto zu dem Zeitpunkt, über, also zwei Fillerfolgen. Ja, guck mal, ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Guck mal, ich hab's hinbekommen. Ja. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Aber ich hab leider nur Naruto getroffen und ich mecker Naruto. Ja, damit hast du, damit hast du, damit hast du den Hilfscharakter jetzt sozusagen ausgeschalten. Ja. Das ist aber geiler gewesen wäre, wenn ich den Charakter selbst ausgeschaltet hätte. Jetzt ist aber auch mal Schluss hier, Mann. Dafür hast du jetzt schon mal wieder eine neue Trophäe gekriegt. Hab ich das? Ja, du hast gerade... ...und ich hab's vorhin meckern, Naruto. Ja. Wenn ich rückhabe, dürfte es trotzdem doch was wehren. Theoretisch eigentlich schon, weil du mit dem... Jetzt aber, ja, voll, ja. Geht doch. Ja, ich liebe dieses Hustle. Ist schon nicht schlecht, ne? Also dieses Ultimate ist wirklich absolut genial. Ich hätte es sogar mit einem Ultimate beenden, wenn ich wollte. Wenn es ginge. Ja! Bams! Hat er doch noch geklappt. Boah, ich liebe das, wenn man mit einem Ultimate-Utzer den Kampf beendet hat. Obwohl der Kampf war ja schon eng, das muss man sagen. Aber trotzdem noch nicht schafft, also von daher. Echt geil, ne? Hm. Da, das, das meine ich, dann wird... Das... Oh. Echt nicht schlecht. Diese Zusatzsequenz. Ja. Wenn da dann immer noch mitkommt, das finde ich auch immer total toll. Ähm, das wird ein ziemlich scheiß Rang, weil ich zu viel Leben verloren habe. Das ist egal. Dafür hast du ein ultimatives Jutze-Abschluss. Ja, das ist... Hätte ich einen S-Rang, hätte ich trotzdem mehr Kohle. Ja, du hättest jetzt ungefähr 30.000 Rio oder so wahrscheinlich gekriegt. Ja, ja. Also die Frage, welchen Controller muss ich jetzt benutzen? Ich glaube immer noch den ersten, weil... Wenn es auf Spieler 2 hingestellt ist, dann aber doch eigentlich den zweiten, oder? Nee, nee, nee. Das ist, ähm, ob du oben oder unten bist, war es zumindest so bei den Turnieren, die ich mal gespielt habe. Okay. War voll kompliziert. Ich werde es merken nach der ersten Bewegung. Hast du beide Controller? Ja, ich spiele mit dem ersten weiter. Okay. Ich könnte eigentlich dann auch gleich mal... Ich finde es so geil, dass sie mit einer Bratpfanne kämpft. Mal erwarten, probiere ich jetzt einfach mal. Was ist, wenn ich jetzt hier gewinne? Ach nee, ich muss mich... Ich muss ja verlieren. Ja, okay. Aber ich werde schon verlieren. Allein, weil er gerade seinen Brecher eingesetzt hat. Aber ich will es einfach trotzdem mal ein bisschen ausprobieren. Ah! Diese Risse in der Wand bedeuten... Dass ich da durchbrechen könnte. Gleich, ja. Ja, das, äh, also... Ich glaube, er muss zweimal dagegen fliegen. Denn... werden die Risse zu einem Loch. Und wenn du ihn dann richtig da durch triffst... Dann fliegt er aus der Arena. Das war so scheiße. In, ähm... Storm 3 gab es, äh, einen zusätzlichen Missionsmodus. Nachher, wo Full Burst dazu kam. Ja. Und da gab es eine Mission, da musstest du unbedingt... Erst die Hilfscharakter auf diesem Ring schleudern. Und dann musstest du den, äh, also den Hauptkämpfer auf diesem Ring schleudern. Oh. Das war nicht eine Mission, da habe ich solche Hassanteile gekriegt. Weil es ist nicht auch sogar möglich, wenn ich jetzt, ähm... Verliere und ich dann die Spieler-Kommen-Option vor dem Final nochmal umstelle. Das kann man am Anfang, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann es nur am Anfang. Ja, das kann man am Anfang. Deswegen musste ich das also machen. Sonst hätte ich mir ja gerade gedacht, hey, ist halt total unnötig. Ich hätte nochmal... Aber das geht gar nicht. Guck mal, jetzt macht... Jetzt soll er doch sein... Ey, los, mach doch dein ultimatives Yuzo, Mann! Jetzt. Ich will mich davon auch mal treffen lassen. Damit man auch mal sieht, wie das aussieht. Das ist zum Beispiel diese Holztechnik, die, ähm... Ja. Im Senyu-Clan verwendet wurde. Boah, sieht so fett aus. Ja. Diese Meteoriten-Attacke, oh, das war so genial, wie sie Kabuto und Madara gerade zurückgeholt hatte und so. Denn dieser Kampf, Madara gegen die 5K, ne? Ja. Absolut genial, einer der besten Kämpfe in Storm 3. Guck dir an, das Finale, Naruto gegen Ubito, das ist doch ein gutes... Ja. Das ist perfekt getroffen. Nicht schlecht, das waren mir gar nicht so im Sinn. Du, ich muss ehrlich sagen, ich hab da jetzt auch eigentlich gar nicht so drauf geachtet gehabt, ne, dass das ja dann so, 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 oh ist, ne? Das ist doch nervig, gegen den zu kämpfen. Der ist so schwer zu treffen, Alter. Gegen Madara ist, glaub ich, noch schlimmer. Ja. Aber das schaffen wir schon gegen ihn. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ne, gut. Oh, ne, dann fliege ich da noch, ne, ist auch vorbei. Leider, ja. Ja, ich glaub, das schaffen wir gegen... Ja, oder? Also, ich will den Tag nicht von Abend um, und bisher ist es relativ eng noch. Also, ich muss ehrlich sagen, ähm... Nicht getroffen? Gerade bei den früheren Teilen kam, waren die Kämpfe teilweise echt relativ kurz. Weil du hast, wenn du eine Kombo wirklich richtig durchgeführt hast, konntest du teilweise Angriffskombinationen hinlegen, die in den Hunderter-Bereich reingehen. Also, ich weiß, wir haben mal mit Naruto, ähm, mit den normalen Doppelgänger-Naruto haben wir mal eine 99er-Kombo hingekriegt. Ja. Und das war einfach dann nachher nur noch so gewesen, dass, äh, die Lebensleisten da dann auch total schnell runtergingen, teilweise bei den Feinden. Da finde ich das schon gut, dass, ähm, dass sie das hier so ein bisschen abgeändert haben, dass man hier wirklich auch mal ein bisschen länger an so einem Kampf sitzt und nicht immer nur so 20, 30 Sekunden manchmal, weißt du? Okay, ja, gut. Sondern, dass man hier teilweise die Zeit echt voll ausnutzt. Das finde ich auch nicht so schlecht. Weil das war halt früher immer so ein, so ein Makel-Ewesen, fand ich immer. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen in den Feindlgängen. Lass uns mal an. Haha, mit dem Ultimate-Nutzer. Haha. Das ist doch immer am schönsten, wenn man das hinbekommt. Geil, das ist ein guter Abschluss. Ein richtig guter Abschluss. Wir haben alles noch in der Zeit. Eieiei. Mhm. Also wie gesagt, das ist richtig geil. Ja. Das ist aber, oh, doch sogar Eis dran, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal da rein nehmen. Oh. Was? Guck dir mal einen wie für Rio. Mhm. Ah. Okay. Okay. Ich frag mich nach. Frag mich nach. Ist besser so. Oder ist das wegen dem Turniergewinn? Es kann auch sein, dass es vielleicht auch wegen dem Turniergewinn gerade ist. Ja. Ja. Also. Das war jetzt schon eine ziemliche Zeit. Die wir investiert haben. Um euch das Spiel und insgesamt die ganze Serie ein wenig näher zu bringen. Jo. Ich finde, du hast gerade was sehr Schönes gesagt. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Also ich finde, das war der perfekte Abschluss eigentlich gewesen. Ja. Also besser kann man es nicht treffen. Von daher, wenn ihr von mir mehr sehen wollt Richtung Naruto, ja, dann, ähm, Leute, mehr Kommentare, mehr Aufrufe, mehr Likes. Sonst denke ich doch, ihr mögt es eh nicht wie der ganze Rest von mir, ne? Ähm, wenn ihr mehr von Yuki wollt. Der reizenden Co-Kommentatorin und Expertin auf dem Gebiet. Und vor allem, da garantiert mir Naruto-Videos. Geht auf ihren Kanal. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Da hast du auch vielleicht 50, ne? 10 Sto von mir mehr, ne? Hm? 50 Prozent machen. Mann. Hallo, meine lieben 20 Zuschauer, es tut mir leid, aber ihr seid wenigstens die Besten. Ihr seid die Besten, ihr seid treu. Das finde ich super. Komischerweise bekomme ich auf jedem Video einen Daumen runter. Aber du kriegst Aufmerksamkeit, das ist auch was. Auch negative Kritik ist Kritik und das ist immer etwas Positives, weil du bekommst Kritik. Ähm, naja, ich weiß nur Daumen runter. Ich weiß nicht was. Also ich gehe davon aus, man mag mich nicht oder die Videos. Ich meine, ich komme damit klar, wenn man mich nicht mag. Mag ich ja auch nicht selber mich, aber... Jetzt habe ich gerade irgendwas überstürzt. Äh, ja. Bevor wir uns nicht so im Kopf und Kragen noch reden und so weiter und so fort. Ich verweise nochmal auf das Gewinnspiel. Wenn ihr das Spiel jetzt so geil fandet in ein paar Minütchen, Stündchen, dass ihr sagt, ich will das auch haben, definitiv. Geht auf manime.de vorbei. Ich habe das Gewinnspiel wahrscheinlich auch verlinkt. Dort könnt ihr das Spiel für PS3 oder Xbox 360 gewinnen. Geht auf Yuki's Kanal, da gibt es auf jeden Fall mehr Naruto. Und ansonsten kann ich nur sagen, äh, bis zum nächsten Video von mir, falls ihr da auch noch Bock habt, mich zu sehen und zu hören. Äh, von dir noch was? Ähm, an der Stelle kann ich nur sagen, geht auf manime und macht bei dem Gewinnspiel mit. Definitiv wird sich lohnen. Wer sich das Spiel so nicht kaufen würde, ähm, kann ich wirklich definitiv nur sagen, so ein Gewinnspiel könnte sich echt lohnen, für jemanden mal einen Einblick darin zu kriegen. Jetzt vielleicht auch mal einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Ja. Ich persönlich bin sonst immer so ein Mensch gewesen, der eigentlich eher weniger auf solche Spiele stand, aber ich muss sagen, seit Storm 2 bin ich eigentlich relativ begeistert von dieser Spiele-Serie. Und hab seitdem auch jeden Teil gekauft, also, macht mit. Kann sich nur lohnen. Okay. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut, alles gut.